Hallöchen, wieder mal eine neue Runde Call of Duty Cold War und im heutigen Video hier mit der neuen Mac-10. Die könnt ihr freischalten, momentan ist es Saison Nummer 1. Im Nachhinein werden wahrscheinlich noch Aufgaben dafür reinkommen, wie man die freischalten kann. Und wenn ihr dabei noch Hilfe braucht, gerne unten reinschreiben, kann ich euch gerne weiterhelfen. Aber ja, eine geile Waffe, die ihr eigentlich kennen könntet von anderen Call of Duty-Teilen. Eine kleine einhändige MP mit hoher Feuerrate, guten Schaden und natürlich heute mit einem guten Waffenguide. Wenn ihr darauf Bock habt, gerne dranbleiben und gerne nachbauen. Natürlich im heutigen Waffenguide haben wir hier den Mac-10 gebaut, wie eigentlich immer bei den Waffen, auf maximale Effektivität. Und da die einen fetten Recall hat, habe ich hier den Socom Eliminator drin. Dann Feldagentengriff mit beiden in den Kombi habt ihr echt eine gute Kontrolle und werdet nicht auf der Karte markiert. Dann hätte ich hier noch schneller mit mehr Kugeln mit dabei. Dann Handgriff, Tempo Tape, damit man weniger Nachteile hat und man schneller anaimt und dann noch der Blinderer schafft. Jo, gerne nachbauen. Mit dabei hätte ich hier noch wie immer meine Perks und hier Attachments mit dabei. Und dann meine Freunde, let's go mit dem Gameplay. Im Gameplay natürlich eine geile Waffe. Durch die hohe Feuerrate und durch den hohen Schaden können dem Nahkampf die Gegner mit wenigen Kugeln wegdroppen. Der kleine Nachteil wäre der Recall und die Muni-Verschwendung, den, ja, durch den hohen Recall driften nicht die Gegner immer. Longshots wären relativ schwierig bei ihr für die Goldtarnung, da bin ich auch noch dran, denn hätte ich auch bereits auf Gold. Und wenn ich ehrlich bin, eine der geilsten Waffen überhaupt. Ich liebe allgemein kleine, schnelle MPs mit guter Feuerrate. Mein Tipp aber, wie schon erwähnt, haut hier den Lauf rein und die Mündung rein und hier den Griff rein, wie hier im Video. Damit ihr natürlich die perfekte Trefferkontrolle habt und damit ihr auch die Gegner leichter droppen könnt. Im Allgemeinen könnt ihr eigentlich auch mehr Attachments draufpacken, aber ich glaube 5 Attachments reichen vollkommen für die Waffe, damit echt überpowert wird. Aber pro überpowert, ja, ich denke mal die Waffe wird wahrscheinlich noch runder genervt, den ich finde die echt momentan verdammt stark. Und viele andere Waffen können leider dann noch nicht mithalten und ja, ich denke mal Call of Duty wird dann noch dran arbeiten. Allgemein haben die einen Update gebracht, ein paar Waffen gebufft und genervt, die neuen hier reingebracht, neue Karten reingebracht. Aber ich finde Call of Duty Cold War noch immer irgendwie, naja, unfertig. Gerne mal darüber mal reinschreiben, wie ihr eure Meinung da so, ja, sieht. Tja, weil ich finde, Call of Duty Cold War ist noch immer irgendwie in der Beta. Wir brauchen mehr Karten, wir brauchen mehr Waffen, wir brauchen irgendwie mehr Content. Und der Shop, der reinkommt für Prestige, der ist jetzt auch wieder total unnötig, wenn ich ehrlich bin. Weil, ja, man will ja eh nur ein Emblem und eine Visitenkarte und einen Anhänger haben und dann wäre man glücklich damit. Ich finde es allgemein noch ein bisschen blöd. Ich hoffe, die arbeiten da nochmal dran. Und Warzone habe ich ein paar Runden probiert. Da wäre die Mc10 auch eine geile Waffe, habe ich gemerkt. Aber Gameplay-technisch wurde da irgendwas geändert. Ich finde das ganz merkwürdig irgendwie hier momentan in Warzone. Auch hier mit Rebirth Island. Und irgendwie, ich habe da eine komische Audio bei mir. Ich kann gerne mal eine Aufnahme machen und euch checken. Ich höre die Gegner, ich höre die Kugeln, ich höre alles drum und dran, aber irgendwie total gedämpft. Wie unter Wasser irgendwie und nur auf ein Ohr gefühlt. Ich weiß nicht, das Spiel ist irgendwie broke momentan. Und ich hoffe mal, die Entwickler arbeiten da noch dran. Klar, ich gebe an Waffen, weil ich finde die Mc10 echt eine geile kleine SMG. Aber ein paar Waffen gehören echt nicht um die gerade so extreme über Power 3 in das Spiel. Den dann können andere Waffen gar nicht mehr mithalten. Ich mache hier momentan Dark Matter und habe nur nebenbei für mein Video hier heute hier die Waffe gespielt. Ich finde die aber echt geil. Mein Waffengeld könnt ihr gerne probieren und gerne nachbauen, wenn ihr Bock habt. Und ja, schreibt mir einfach gerne mal eure Meinung und eure Meinung über die Waffenklasse rein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen für weiteren Call of Duty Cold War Content. Ich bin natürlich auch öfter mal am Live übertragen. Ja, Cyberpunk beendet. Mehr oder weniger werde ich jetzt nur noch privat spielen. Aber Call of Duty Cold War gibt es natürlich reichlich hier auf meinem Kanal. Und ja dann meine Freunde, haut rein. Goodbye und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.